Ich bin Erik Madraschich, komme aus Hamburg, bin 27 Jahre alt und arbeite für die Firma MF Gabelstapler Service. Gelernt habe ich HFZ-Mechatroniker in der Fachrichtung Nutzfahrzeugtechnik. Hier bin ich Kundendiensttechniker und betreue Flugfilterfahrzeuge und Gabelstapler. Mein Großkunde am Hamburger Flughafen, der umfasst ungefähr 230 Geräte. Der Kunde hat ca. 15 verschiedene Hersteller. Ich betreue alle Hersteller im Service, in der Reparatur und im Wartungsbereich. Wir bieten den Service hauptsächlich für alle Marken an. Ich habe in meinen Kundendienstwagen hauptsächlich Kleinteile und kleine Ersatzteile, aber auch Servicewerkzeug. Also ich sehe das als kein Problem an, die Marke je mit hinzuzunehmen. Es wäre im Prinzip eigentlich nur eine Erweiterung unseres Faux-Parks, was wir anbieten können.